UNTERTITELUNG Dein Vater wird Klinikchef. Bist du auch ein Chirurg? Wahrscheinlich, ja. Was ist denn mit Mädchen? Ach, hab ich keine Zeit für sowas. Du denkst, du bist was Besonderes mit deinen Büchern. Kennt jemand die vier Feinde der sozialistischen Volkswirtschaft? Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ist das Ihr Buch? Es ist eine vorsätzliche Provokation. Sie sind Arsch aufgerissen, als du hierher kommst. Ich hab euch nicht drum gebeten. Bitte! Kommen Sie doch mal mit, für einen kleinen Moment. Die Stasi war bei mir. Versucht mich zu erpressen. Du hast doch immer so große Töne gespuckt, von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Du bist bei der... Das ist doch alles verloren! Oh! Warte mit dem Buch! Nein! Das stimmt! Mein bester Freund. Soll ich dem vertrauen, wenn ich dir? Die Angeklagten werden verurteilt, zu einer Strafe von 20 Monaten Freiheitsentzug. Ich weiß, dass Sie das nicht waren. Sie wissen gar nichts. Sie haben ganz da eingebildeter Schnürs. Auf die Straße! 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 Auf